hallo liebe leute film läuft ich auch ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt ja ihr seht schon wo ich schon wieder bin ich bin auf meiner lieblings trainingsstrecke ja da haben wir ja letzte woche zu dritt hier eine runde gedreht auf der strecke von melz extrem enduro und ich habe dann auch noch ein video von dem eigentlichen enduro rennen vom motorrad rennen gedreht das findet ihr auf meinem anderen kanal lichtmetz ja und heute drehe ich hier schon wieder eine runde aber heute nehme ich euch nicht mit heute gibt es mal einen zusammenschnitt mensch gegen maschine viel spaß bei so 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 ja liebe leute ich habe die runde heute nochmal voll gemacht das macht so ein wahnsinns spaß das ist echt geil ich bedanke mich bei euch fürs zugucken schön dass ihr wieder mit dabei wart wenn ihr es noch nicht gemacht habt lasst mir ein abo da um nichts mehr zu verpassen und seit nächster woche wieder mit dabei machts gut bis dahin tschaui